Ohrbacht! Im Orbit der Wälder wachsen jetzt wieder Ohren. Das hier ist das Judas Ohr, ein Winterpilz, der gerne auf absterbendem Holunder wächst. Er ist ohrenförmig, bräunlich, von der Oberseite so leicht samtig, von der Innenseite eher so kahl und auch ein bisschen heller und insgesamt auch ein bisschen runzelig. Das Judas Ohr ist ein Speise- und Vitalpilz zugleich. Wir finden da drin Melanin, aber auch viele Polysaccharide. Das Judas Ohr wirkt dadurch zum Beispiel immunmodulierend und ist wirklich der perfekte Winterpilz auch für den Körper. Man kann den Pilz wunderbar trocknen und dann mit Sojasauce wieder einweichen und dann ganz toll verwenden, zum Beispiel auch in Suppen und solchen Sachen. Aus der asiatischen Küche kennt man ihn ja auch als Moer-Pilz. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr ein ausführliches Porträt zu diesem Pilz und auch ein Rezept, wie man ihn lecker fermentieren kann.